Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, wir sprechen Sie an, weil aus naturwissenschaftlicher Sicht wir uns sehr große Sorgen um die Zukunft Deutschlands und Europas machen. Wir halten es für sehr gut möglich, dass Europa und besonders Deutschland und der deutschsprachige Raum im Moment sozusagen in der gleichen Situation sind wie das Römische Reich etliche Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, bevor es tatsächlich zugrunde ging. Auch damals hat das Römische Reich noch nicht gewusst, dass es untergehen würde, aber es war schon in einem Evolutionsverlauf, in einem sogenannten Aussterbensprozess begriffen. Und dieselbe Situation sehen wir für Deutschland. Und angesichts von Corona im Speziellen sehen wir die Situation so, dass sie den falschen, nicht naturwissenschaftlich basierten und naturwissenschaftlich unausgebildeten falschen Experten vertraut haben und dadurch leider es zu drastischen Fehlentscheidungen mit einer krassen Schädigung Deutschlands kam. Bevor ich Ihnen den Weltrat vorstelle, hier der Hinweis, hier unten rechts ist irgendwo ein Zahnrädchen, da können Sie die Geschwindigkeit auf bis zu zweifach stellen, da ich sehr langsam rede. Einen Schluck Wasser, sorry. Ja, ganz kurz zum Weltrat. Aber vorab vielleicht der Hinweis, hier auf diesem Sender Oval Media und auf dem Sender Corona Ausschuss finden Sie die wichtigste Sendung auch mit den nextscientistsforfuture.de ab einer Stunde 47.22 Uhr über die Corona-Situation das sachlichste Gespräch, auch mit Dr. Wolfgang Wodag, der uns damals teilweise vor den Irrtümern bei der Schweinegrippe teilweise bewahren konnte. Ja, und so, dass Sie hier, das ist also Stiftung Corona Ausschuss, da finden Sie einmal die Sendung, insgesamt 100.000 Zuschauer circa, Tausende von Likes, 6.000 Likes ungefähr, Hunderte von positiven Kommentaren, gerade auch über diesen zweiten Teil, also ab einer Stunde 47.22 Uhr. Und es geht eben auch um die Fehlanreize im System, die aus naturwissenschaftlicher Sicht massenhaft vorliegen. Dann haben wir hier, man kann es so sagen, der Weltrat, zu dem gehört auch eine frühere Kollegin von Ihnen, eine ehemalige Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, also eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin, wenn man es in Kürze sagt. Das ist eine frühere Kollegin von Ihnen. Sie waren nicht zeitgleich Ministerin, aber irgendwie nacheinander. Und aber dieser Weltrat, aus der Angst heraus, natürlich vor all den Angriffen, die jeder abkriegt sozusagen, der sich zu Corona äußert, äußert sich der Weltrat zu Corona grundsätzlich gar nicht. Aber es gibt so etwas wie die, man könnte scherzhaft sagen, die jungen Wilden im Weltrat. Und das sind die nextscientistsforfuture.de. Und da können Sie, also und Sie kennen ja, Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer waren zuletzt bei Ihnen. und Fridays for Future, und Sie kennen auch scientistsforfuture bestimmt. Und die next scientistsforfuture sind die vernünftigen naturwissenschaftlichen Varianten, sind die naturwissenschaftliche Variante davon, die eben sagen, wenn wir, wir müssen alles gesellschaftliche, politische Handeln, auf Physik, Chemie, Biologie, einschließlich ein bisschen von den Psychobiologien und Soziobiologien und naturwissenschaftlichen Teilen der Psychologie stellen und auf nichts anderes, weil wir dort, nur dort Wahrheit und festen Boden finden. Und da sozusagen die next scientistsforfuture, wie auch der Weltrat, also die next scientistsforfuture, haben angeboten, dass man beim Klimaschutz nur dann eine Vorreiterrolle einnehmen kann, wenn man es schafft, gleichzeitig auch ein Wirtschaftswunder, ein gewaltiges Wirtschaftswunder zu realisieren, aus dem heraus man dann eine solche Vorreiterrolle vollfinanzieren kann. Und sie selbst waren ja auch so vorsichtig und haben eben nur sehr behutsam beim Klimaschutz sozusagen Maßnahmen getroffen, weil eben sie auch so vernünftig sind, dass sie sehen, wir dürfen unsere Wirtschaft und unsere Volkswirtschaft insgesamt nicht überfordern und schädigen und müssen trotzdem irgendwie gucken, dass wir vielleicht weltweit einen Weg gehen, der allmählich mal zu einem vernünftigen Klimaschutz vielleicht führt, falls das eben wirklich ein echtes Problem ist da. Dazu äußern sich auch Weltrat und next scientistsforfuture nicht. Sie können nur das Wirtschaftswunder erzeugen und eben dafür sorgen, dass auch andere große Staaten der Erde dann auch die gleichen Prozentsätze an Geldern für das Thema Klimaschutz ausgeben, wie es Deutschland dann machen würde. das bedeutet also jetzt was gehen wir ein Stück weiter ich glaube jetzt haben wir alle wichtigen Punkte erst einmal geklärt und ich kann das vielleicht noch etwas tiefer ziehen ja für Naturwissenschaftler schlägt eine naturgesetzliche Überlegung immer alles andere denken sie sich zum Beispiel nur das Naturgesetz der Gravitation von Sir Isaac Newton Wer das nicht beachtet dem brechen die Häuser zusammen die er erbaut und wir haben eben ein neues seit 111 sogar in Wirklichkeit seit 162 Jahren denn es gab schon eine Vorveröffentlichung 1858 wo das Naturgesetz von Mutation und Selektion beziehungsweise Variation und Selektion von Sir Charles Darwin und Alfred Russell Wallace gemeinsam vorgestellt wurde und das ist das entscheidende Naturgesetz ohne dass man verantwortlich Politik nicht mehr machen darf in der Welt und und dieses Naturgesetz war das erste wir haben schon am 25. Februar unsere erste Bemerkung unter einer Sendung geschrieben dass irgendwas mit dem Umgang mit den Zahlen und so weiter angesichts Corona antivissenschaftlich ist und wir waren natürlich immer offen für diese Überlegung weil wir seit ja man muss schon sagen seit vielen Jahren eben wissen dass das Naturgesetz von Mutation und Selektion beweist dass unser Gesundheitssystem ein Fehlanreizsystem ist das mehr negative Ergebnisse produziert als positive Ergebnisse und dabei ungeheure Kosten verschlingt und verursacht kurz diese naturwissenschaftliche Beweisführung wie ich schon sagte eine naturwissenschaftliche Beweislogik schlägt hunderttausend Studien bei denen sie nicht wissen von wem sie finanziert und wo welche Daten gefälscht sind welche Irrtümer sich in den Studien befinden also naturwissenschaftliche naturgesetzliche Argumentationslogiken schlagen hunderttausende Studien und hier haben wir noch einmal das Logo des Weltrates und hier also in der Evolution haben wir unter Bedingungen der Erfindung des Tausch Handels des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung freien Formen der Arbeitsteilung müssen wir immer naturgesetzlich vergleichen hier haben wir den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution der sich in der Wahrheit befindet und hier nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es aber zwangsläufig zu zu einem Früharzt und Frühhändler kommen der sich irrt und zwar vielleicht einfach irrt und spätere Generationen entwickeln dann mehrere weitere Irrtümer ich bringe jetzt mal so ein paar dieser Irrtümer zusammen so als hätte dieser Früharzt gleich mehrere Irrtümer entwickelt und der sagt also nein ihr braucht euch nicht um das Thema gesunde oder naturbelassene Ernährung zu kümmern die moderne spätere denaturierte Industrienahrung ist genauso wertvoll wie die Naturnahrung da braucht ihr keine Bedenken zu haben Krankheit kommt aus winzigen Tierchen die man später Viren Bakterien und so weiter nennen wird und bei denen handelt es sich um gewaltige Killer die alles töten können und allmächtig sind und super stark und deswegen gibt es für euch nur eine Lösung ihr müsst mir ganz viele Impfungen Tests Bestrahlung Operationen und so weiter abkaufen nur dann könnt ihr gesund leben dass ihr die Evolution bisher überhaupt gesund überlebt habt verstehe ich überhaupt nicht weil das kann eigentlich nicht sein weil ohne uns Frühärzte geht eigentlich überleben gar nicht in diesen Irrtumswelten lebt dieser Früharzt jetzt ist es nun aber so dass in unserem Wirtschaftssystem mit dem freien Markt und der freien Arbeitsteilung sich dieser Irrtum merkwürdigerweise als vorteilbringender Irrtum erweisen wird weil die Leute essen sich jetzt krank so wie in den USA Menschen mit 300 400 500 Kilo dahin vegetieren und schwerst krank sind und todkrank sind und so weiter das kommt ja auf uns auch immer mehr zu und und die Leute kaufen werden jetzt krank essen sich krank werden leichtsinnig im Umgang mit Essen immer leichtsinniger im Umgang mit Essen und so weiter und es gibt ja viele andere Krankheitsfaktoren also andere problematische Faktoren im Lebensstil Bewegungsmangel und so weiter ich konzentriere mich nur auf das S-Thema damit es nicht zu breit wird sozusagen ja und dadurch werden ganz viele Leute krank kaufen diesen Früharzt unheimlich viele Behandlungen ab und sozusagen auch später dann Impfungen und Tests und so weiter und und kann jetzt hier zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel und so weiter ernähren und wird mit all seinen vorteilbringenden Irrtümern der Vorfahre von Drosten Wieler und Lauterbach und das bedeutet also dass wir als Next Scientists for Future also wissen schon seit Jahren wissen dass also unser Gesundheitssystem notwendig gefährlich zu Gefährlichkeits Überschätzungen Schätzungsirrtümern neigt weil davon die gesamte Branche lebt stellen sie sich vor einen Schluck Wasser Entschuldigung stellen sie sich vor sie entdecken bei sich selber einen winzigen Tumor der aus naturwissenschaftlicher Sicht wahrscheinlich völlig harmlos wäre und problemlos wieder zu beseitigen wäre durch eine Ernährungsumstellung durch Bewegung und so weiter durch einen etwas gesünderen Lebensstil der ja als Politiker nicht gerade leicht einzuhalten ist ja aber mit einer kleinen Auszeit könnte man das problemlos korrigieren nun aber gehen sie zum Arzt und der Arzt denkt und glaubt und hat erstens Angst einen Fehler zu machen und geht lieber auf Nummer sicher und zweitens ist er in seinem Studium so ausgebildet worden dass solche kleinen Dinge lebensgefährlich seien und er glaubt diese Irrtümer diese Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtümer und nun sagt er ihnen wenn sie nicht morgen sofort operiere sind sie übermorgen tot und dadurch nimmt er ihnen die Chance eine Ernährungsumstellung auszuprobieren eine Sport zu machen und so weiter ihr Immunsystem vielleicht durch vier Tage Fasten erst einmal auf Vordermann auf Höchstleistung zu bringen damit ihr Immunsystem diesen kleinen Tumor selber wegschafft diese Chance nimmt ihn diese von Vorteil bringenden Irrtümern angefüllte Arzt und warum und die Logik ist natürlich dass das Geld für die Operation er morgen schon in der Kasse hat während wenn er die Gefährlichkeit nicht überschätzen würde würden sie vielleicht andere Dinge ausprobieren und er würde nie verdienen an ihnen und das sind die Fehlanreize im Gesundheitssystem die Next Scientists for Future haben zig Konzepte wie man diesen Grundfehler unserer Systeme beheben könnte denn das gilt für alle Systeme die haben 20 Reformen fertig die man ihnen schon oft angeboten hat was sie wahrscheinlich überhaupt nicht erreicht hat wie üblich weil ihre Partei sie vor allem von allen guten neuen Ideen abschirmt sozusagen Schluck Wasser Entschuldigung und es muss so sein dass der Arzt in Zukunft positive jeder Bereich der Gesellschaft muss positive Anreize bekommen der Arzt muss am meisten Geld verdienen wenn er ihnen hilft dass sie gar nicht erst krank werden zum Beispiel indem die gesamte Hausarztpraxis in einen ja man könnte sagen einen Healthy Lifestyle Club umgewandelt wird also in einen Gesundheitsclub sozusagen umgewandelt wird wo alles kostenlos wo man Sport wo die Sportvereine integriert werden und so weiter wo man Sport und Tanzen und Singen und Musizieren und Ernährungsumstellung und Abnehmen und ja alles was die Gesundheit fördert alles kostenlos bekommt vom Hausarzt und er wird dann belohnt dass wenn die Leute seltener krank werden als bei ihrer Vorgeschichte statistisch zu erwarten gewesen wäre dann bekommen sie fürstliche Honorare dafür und wie man das macht technisch gibt es mehrere Möglichkeiten da will ich jetzt nicht ins Detail geben es gibt ganz viele Techniken auf jeden Fall ist das Ziel immer das gleiche dass am Ende positive Anreize wirken die den vorteilbringenden Irrtümern entgegenwirken und am Ende dass nur noch Wahrheiten sich dann durch die neuen Anreize als vorteilbringend erweisen und die Ärzte innerhalb weniger Tage und Wochen von den Next Scientists for Future lernen wie eine gesundheitsförderliche krankheitsverhinderliche Medizin geht und das auch wieder kostenlos für alle Ärzte in Deutschland und so weiter und jetzt gehe ich mal auf das sogenannte Tagesbild im weiteren ja das bedeutet dass wir von daher sofort wussten dass wir der Medizin und Medizin Professoren des Mainstreams niemals vertrauen dürfen sondern dass wir unbedingt den Blick richten müssen auf diejenigen Ausnahmeärzte die Karrierenachteile und Ärzte und Psychologen die Karrierenachteile riskieren indem sie sich für die Menschen einsetzen obwohl das ihrem eigenen Geldbeutel massiv schadet und davon gibt es es gibt solche Ausnahmeärzte und Ausnahmepsychologen nicht nur innerhalb des Weltrates und der Next Scientist for Future sondern auch außerhalb ja Dr. Wodak habe ich eben als Beispiel genannt ein linker SPDler der sozusagen auch wie wir die wir wenn wir beschimpft werden so eher als Grüne und SPDler beschimpft werden oder als ja die linke evolutionsbiologische Politikwissenschaft beschimpft werden oder eben als die linke neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre beschimpft werden und ja es gibt eben solche Ausnahmeärzte die eben sich Sorgen machen über die Fehlanreize im pharmazeutisch medizinisch industriellen Komplex und da neue Anreize für für überlebenswichtig halten sozusagen ja und bei Corona ist sieht es eben so aus als ob es sich um eine gewaltige ganz normale Gefährlichkeitsüberschätzung wie damals bei der Schweinegrippe handelt dass also die circa 900.000 Toten deutschen angeblichen sogenannten Corona Toten die in den schlimmsten Prognosen befürchtet wurden dass diese nie gedroht haben es gibt viele Ausnahmeärzte und Psychologen und so weiter die in Deutschland und in der innerdeutschen Situation viele Zahlen gegengerechnet haben und so weiter und schon ganz früh zu dem Schluss kamen dass es sich hier nicht um einen Killer Virus handeln könnte sondern allenfalls um eine sehr kräftige Grippe die aber auf die man aber keineswegs mit einem Lockdown oder einem Shutdown reagieren sollte weil das Erzielen einer künstlichen Untersterblichkeit immer genauso schädlich ist wie das Zulassen einer gewaltigen Übersterblichkeit in der Bevölkerung also beides ist gleich schädlich Erzeugung einer künstlichen Untersterblichkeit Zulassen einer Übersterblichkeit beides ist gleich schädlich und aber die Zahlen in Deutschland das ist so kompliziert dass wir Naturwissenschaftler natürlich lieber den einfacheren Weg gehen und in der Naturwissenschaft und in jeder echten Wissenschaft im Gegensatz zu den Pseudowissenschaften von denen wir viel zu viel haben in der Welt ist es so dass wir eine Kontrollgruppe suchen die zum Beispiel gar keinen Lockdown macht die wir zum Beispiel in unserer Nähe in Weißrussland fanden und in ein Zwischending fanden einer Kontrollgruppe sozusagen fanden wir in Schweden und dann sehen wir die Länder mit den harten Lockdowns und mit den Lockdown Maßnahmen und dann sehen wir zum Beispiel solche Länder wie Peru die einen sehr harten Lockdown durchgeführt haben aber die wohl weltweit meisten relativ gesehen weltweit prozentual gesehen weltweit meisten angeblichen sogenannten Corona Toten Tote zu verzeichnen haben auf der anderen Seite gibt Weißrussland bei 10 Millionen Einwohnern unter 800 sogenannte Corona Tote an was wahrscheinlich einer der allerbesten Werte in der gesamten Welt ist und sozusagen und das bei vollständigem ignorieren das Corona Virus wurde in Weißrussland wie ein Influenza Virus behandelt nämlich großteils ignoriert manche mögen ein paar Zentimeter Abstand gehalten haben sich die Hände gewaschen haben und ja also einfach ein bisschen aufgepasst haben mehr aber nicht Schluck Wasser Entschuldigung Schweden hat schon etwas mehr zwar keinerlei Lockdown oder Shutdown gemacht hat aber schon etwas mehr sozusagen sich um das Virus besorgt und bekümmert und hat deswegen schon eine relativ kräftige Wintersterblichkeit erreicht von circa um die 5800 sogenannten Corona-Toten wobei wir ja nie wissen wer ist ein echter Corona-Tote und wer ist nur ein auf dem Totenschein als Corona-Toter benannter das wissen wir ja alles nicht genau als Naturwissenschaftler und von daher kann man sagen vielleicht hat Schweden schon viel zu viel getan weil Schweden doch da eine sozusagen eine Zahl hat die eher für eine sehr kräftige Grippe spricht sozusagen während Weißrussland die Zahlen jetzt kann man natürlich unterstellen dass Lukaschenko die Daten gefälscht habe und die Zahlen untertrieben habe aber jetzt gibt es zwei Dinge sowohl in Schweden als auch in Weißrussland waren Journalisten unterwegs und haben teilweise viele Bürger befragt besonders in Weißrussland und praktisch fast praktisch niemand kannte jemanden der schwer an Corona erkrankt sei und glaube ich eine Person kannte jemanden eine 83 jährige Dame die an Corona vermutlich vermeintlich verstorben sei alle anderen kannten niemanden und das bestätigt eigentlich diese Zahl von Weißrussland von 800 nämlich dass eben jetzt diese Kontrollgruppe Null Maßnahmen behandeln von Corona wie jede kräftige Influenza dass dieses Ignorieren genauso wie man eine Influenza im Wesentlichen ignoriert die besten Ergebnisse eines der besten Ergebnisse weltweit wohl gebracht haben dürfte jetzt ist das Erstaunliche dabei dass also auch Journalisten in Weißrussland waren und jetzt wäre bei der jetzigen Lage der Diskussion wären diese Journalisten der öffentlichen Medien und der großen privaten Medien total interessiert daran gewesen Zeugen zu finden die sozusagen die von sehr vielen Corona Toten sogenannten Corona Toten in ihrem Bekannten Kreis Zeugnis ablegen könnten das gelang aber nicht es wurden ein paar medizinaffine also in der Medizin ausgebildete Personen befragt die sich besorgt äußerten ohne aber konkrete Todesfälle oder schwere Krankheitsfälle benennen zu können da würde ich sagen da wirkt dann wieder die in der Ausbildung gelehrte Gefährlichkeits Überschätzung Tendenz im Sinne von vorteilbringenden Irrtümern dieser Branche und ansonsten gelang es nicht weil ja ein seriöser Journalist auch niemanden bezahlt dafür eine Falschaussage zu machen gelang es überhaupt nicht Zeugen zu finden die wirklich schwören könnten in meinem Bekanntenkreis sind mehrere Personen zumindest vermeintlich an Corona verstorben es wird in meinem Bekanntenkreis dieses Jahr mehr gestorben als in den Jahren zuvor und ich kenne in meinem Bekanntenkreis mehrere schwer vermeintlich an Corona Erkrankte ein solche Zeugen Aussagen konnten offensichtlich nicht beigebracht werden ohne dass man hätte die Zeugen bestechen müssen und das macht ja ein seriöser Journalist hoffentlich niemals und das sind alles Hinweise für den Naturwissenschaftler dass Weißrussland als Kontrollgruppe geeignet ist besser geeignet ist als Schweden weil da auch eine teilweise unklare Situation herrscht und dass wenn wir das mit sozusagen Weißrussland hat also offensichtlich ein viel kleineres Problem mit dem Coronavirus als alle Lockdown Staaten und Shutdown Staaten der Erde und damit wäre ganz klar wir hätten ihnen sowieso geraten aufgrund unseres Vorwissens über die Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtümer Vorteil bringenden Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtümer der pharmazeutischen der Impf und Medizin Industrie hätten wir ihnen sowieso geraten erst einmal gar nichts zu machen die Leute zu beruhigen und sie einzustellen hier kommt eine kräftige Grippe auf uns zu machen sie die üblichen Dinge Hände waschen Niesen in den Ellbogen und Husten in den Ellbogen Hände waschen ein bisschen Abstand halten einfach ein bisschen grundsätzlich vorsichtig sein und je älter sie sind und je geschwächter ihr Immunsystem ist je mehr Vorerkrankungen sie haben desto vorsichtiger sollten sie sich verhalten und dann hätte das wahrscheinlich schon ausgereicht dann hätte man gucken müssen wie wie hoch die zweite Maßnahme wäre gewesen die Gesundheitsämter dass die auf Honorarbasis eine Masse an Biologen hätten beschäftigen müssen die noch nie irgendwie irgendwie Geld von der pharmazeutischen oder medizinischen Industrie bekommen haben sondern neutrale Biologen die hätten beurteilen müssen wie kräftig und vital ist ein Mensch noch und so weiter also erfahrene Biologen die viel Erfahrung mit den Vitalkräften von Tieren und Menschen gesammelt haben und die hätten jetzt in den Krankenhäusern das letzte Wort darüber haben müssen wer in ein Intensivbett kommt bei wem eine Beatmung vorgenommen wird bei wem eine Sauerstoffzufuhr vorgenommen wird denn die Gefahr ist ja dass aufgrund der Gefährlichkeits Überschätzung und aufgrund der Angst zu wenig zu unternehmen und aufgrund der Gefährlichkeits Überschätzung und der daraus resultierenden Angst des Personals vor dem Virus selber kann es ja dann sein dass es zu vorschnellen Belegungen der Intensivbetten und der Beatmungsapparate kommt aufgrund dieser Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtümer ja und das würden die Biologen versuchen zu verhindern und würden das letzte Wort haben nach langer Diskussion und das letzte entscheidende Wort haben nachdem sie sich alle Argumente angehört haben und die Biologen würden natürlich ausführlichst mit dem Patienten sprechen wie es ihm geht und wenn sie Hinweise haben dass es sich wirklich um einen lebensgefährlichen Zustand handelt aber dann würden sie selbstverständlich auch dem Intensivbett und eventuell auch der Beatmung zustimmen so hätte man verhindert dass die Intensivbetten leichtfertig gefüllt würden oder aus vorteilbringenden Irrtümern heraus befüllt würden dann als nächsten Schritt hätte man sozusagen gucken müssen wie sich die Situation bei den Intensivbetten entwickelt man hätte dann lange diskutieren müssen ob es besorgniserregend wird wenn 70% der Intensivbetten belegt sind deutschlandweit ob es schon bei 50% besorgniserregend ist oder erst bei 80% oder 90% ja und wenn man dann sieht dass ja dass man zum Beispiel hätte man dann den Wert vielleicht 60% genommen ja und dann hätte man einfach so lange einfach überhaupt nichts gemacht um die um sozusagen die ganz normale Wintersterblichkeit zuzulassen bloß keine Untersterblichkeit zu erzeugen künstlich denn Untersterblichkeiten die erzeugt werden sind praktisch genauso schädlich wie zugelassene Übersterblichkeiten ja und dann hätte man einfach sozusagen geguckt aha jetzt sind die 60% erreicht und jetzt gehen wir mit einem Total Lockdown rein und gucken ob sich die Situation beruhigt dann wären sicherlich wegen der Inkubationszeit und anderer Faktoren wären noch die 60% das wäre noch gestiegen auf 70-80% vielleicht und dann hätte der Lockdown seine Wirkung gezeigt und dann wären die Zahlen ja wahrscheinlich wieder abgesunken und wenn sie dann wieder bei 60 gewesen wären hätte man beginnen können einen Teil des totalen Lockdowns und Shutdowns zu reduzieren zum Beispiel die Kinder wieder in die Schulen zu lassen und so weiter Schweden hat ja durchgängig die Kinder die jüngeren Kinder in die Schulen gelassen und dann hätte man schauen können was hat das jetzt für eine Auswirkung und wenn es dann wieder hochgegangen wäre auf 80-90% hätte man auch das wieder zurücknehmen können aber wenn nichts größeres passiert wäre hätte man weitere Teile des Lockdowns zurücknehmen können und wahrscheinlich unsere Vermutung ist dass man in aller kürzester Zeit dass es entweder gar nicht dazu gekommen wäre dass diese 60% der Intensivbetten überhaupt belegt worden wären das halten halten für sehr wahrscheinlich und die zweite Möglichkeit auch wenn einmal diese 60% erreicht worden wären dass wir dann Stück für Stück eine Shutdown Lockdown Maßnahme nach der anderen hätten systematisch zurücknehmen können sozusagen alle zwei Wochen wieder einen Schritt an Maßnahmen zurücknehmen können und dass wir dann den gewaltigen Schaden der Deutschland widerfahren ist hätten großteils entweder gar nicht bekommen oder nur zu kleinsten Teilen bekommen hätten ja so weit ich denke so weit liebe Frau Dr. Merkel unser offener Brief an Sie und im Weiteren geht es jetzt weiter mit Kurznachrichten unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute wir haben heute keine speziellen wissenschaftlichen Tagesthemen und kein spezielles heute Journal das war ja eben der offene Brief an Sie und vielleicht haben Sie ja noch Lust aus Spaß die Kurznachrichten zu hören ansonsten herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Frau Dr. Merkel und vielleicht haben ja auch einige von Ihrer Regierung zugehört ganz generell darf ich Ihnen sagen dass die Next Scientists for Future zusammen mit dem gesamten Weltrat Ihnen in Deutschland ein Wirtschaftswunder von jährlich 0,5 Billionen Euro realisieren können und danach kann man dann überlegen wie weit man dafür einen Plan für die gesamte Welt macht und ihn auch daraus finanziert eventuell das Klimaproblem in den Griff zu kriegen falls nicht die Mehrheit der Deutschen der Meinung ist dass ein bisschen Wärme unserem Lande eigentlich gut tun könnte sozusagen und die Frage ist ja eben ob es da wirklich sogenannte Tipp oder Kipppunkte gibt oder so wir würden sagen Points of No Return gibt die da wirklich gefährlich sind oder ob es sich da wieder auch wieder um Gefährlichkeits Überschätzungen eventuell handeln könnte auf jeden Fall können wir mit diesen 500 Milliarden Euro jährlich Wirtschaftswunder sozusagen alles Mögliche uns leisten und erlauben dafür stehen diese 20 Reformen die also diesen Grundfehler der massenhaften Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern beenden einen Schluck Wasser vor den Kurznachrichten Entschuldigung So die Kurznachrichten machen wir aber wie traditionell mit dem Tagesbild der Biologe Arwey der ja auch vom Corona Ausschuss gesprochen hatte ja da ist ja da muss ich erst einmal etwas vorlesen und zwar was wir geantwortet haben uns wurde sein Buch wärmstens empfohlen in einem von einem Kommentator unserer Sendungen und dann lese ich jetzt mal vor was unsere Antwort darauf war und die Antwort finden wir wohl wahrscheinlich hier ja Arwey gehört zu all denen die abgerutscht sind in Umweltschutz um der Umwelt willen Tierschutz um der Tiere willen das ist verrückt kein Tier kein gesundes Tier sorgt sich um andere Arten das erinnert mich auch daran dass in Deutschland wir sehr viele Menschen haben die sich ständig Gedanken machen um Menschen aus anderen Teilen der Welt zu helfen aber nicht den Bürgern hier vor Ort und das ist für uns naturwissenschaftliche Denker selbstverständlich verrückt weltfremd und irgendwie ein könnte einer der Hauptfaktoren mit sein dafür dass es uns so ergeht wie dem römischen Empire die next scientists for future sagen im Gegensatz dazu umweltschutz bittest genauso viel umweltschutz um der menschen willen also genauso viel wie menschen brauchen tierschutz nur um der menschen willen also genauso viel wie menschen brauchen um gesund zu leben alles andere ist sentimentalität die wir uns nicht leisten können denn wir stehen im Moment noch in einem sehr knallharten weltweiten wettbewerb wir sind von vielen angriffslustigen staaten auch militärisch bedroht und gefährdet und so weiter und können uns jetzt solche sentimentalitäten wie Tiere retten um Tiere sind wichtiger als Menschen Tiere sind wichtiger als Bürger die Umwelt ist wichtiger als unsere Bürger und andere Menschen in allen Teilen der Welt sind alle sind wichtiger als unsere Bürger das können wir uns nicht leisten das würde uns würde besiegeln dass wir das gleiche Schicksal erleben wie das römische Empire ein Löwe hat mit einem Menschen auch kein Mitleid wenn er ihn bei lebendigem Leibe frisst also ich denke an die eine Frau die aus einem Safari Wagen ausgestiegen ist von hinten kam eine Löwung Löwin und nahm sie dankbar an als Mittagessen und als anderes Beispiel stellen sie sich vor ihr Kopf und ihr Oberkörper so dass der Löwe sie nicht töten kann weil Löwen essen sicherlich auch lieber gemütlich und haben nicht gerne zappelnde zappelnde Dinge aber nehmen wir mal an ihr Oberkörper wäre in einem Glaskasten eingesperrt sodass der Löwe sie nicht tot beißen könnte und der Rest ihres Körpers wäre mit Seilen mit weichen Seilen festgebunden und ich garantiere ihnen dass die Löwen sie als leckeres Mittagessen gerne annehmen würden und sie fressen würden und sie bei lebendigem Leibe auffressen würden weil es eben nicht so einfach möglich ist sie auf die schnelle mal tot zu beißen durch diesen ja und deswegen warum sollen jetzt wir Menschen mit den Tieren mehr Mitleid haben als sie mit uns hätten solche Forderungen nach unnatürlichem Verhalten führen immer zu einem Aussterben der jeweiligen Staaten das so etwas kann man mit uns naturwissenschaftlichen Denkern wir gehen bei so etwas nicht mit Schluck Wasser auch Arbeits Viren Theorie stimmt nicht hauptsächlich bekommen wir Probleme mit Tierviren weil wir so nahrungsvergiftet und immunschwach sind und so weiter durch Giftnahrung und Umwelt Vergifte und so weiter das ist der Haupt Grund Theoretisch ist es zwar möglich dass in Tieren die generell sehr viel mit Viren zu tun haben wegen der ständigen Nähe wie bei Fledermäusen die zu tausenden an den Wänden hängen oder an den Decken hängen dass solche Tiere sehr starke Immunsysteme evoluieren so dass dann auch die Viren die mit ihnen gut leben können ohne sie zu töten auch sehr stark sein müssen damit sie überhaupt reinkommen und das ist theoretisch zwar möglich aber Awei spricht selber davon dass eher die Tiere durch den Stress den wir Menschen den Tieren machen eher geschwächte Immunsysteme hätten aber an diese geschwächten Immunsysteme würden sich wiederum die Viren anpassen müssen sodass dann auch die Viren deutlich schwächer wären denn wenn sie zu stark wären dann töten sie ja ihren Wirt und sterben mit dem Wirt aus und übrig bleiben die schwächeren Viren und diese schwächeren Viren die wären dann wiederum für ein gesundes menschliches Immunsystem nicht gefährlich denn wir müssen sehen dass in der Evolution die frühere unsere Urgroßmütter und Urgroßväter sich ständig in großer Nähe mit der Natur und den Tieren befunden haben und daran sich auch das Immunsystem entwickelt hat also gehen wir mal davon aus dass das überhaupt Viren für uns nur deswegen gefährlich werden können weil wir geschwächte Immunsysteme aufgrund eines völlig denaturierten Lebensstiles und Ernährungsstiles aufweisen und aufgrund all dieser unnatürlichen Luftschadstoffe Wasserschadstoffe und sonstigen Umweltgifte sozusagen die alle unser Immunsystem auf das schwerste beschädigen eventuell spielt auch noch eventuell ein Sonnenbestrahlungsmangel eine kleine Rolle dabei eventuell wissen wir nicht so genau ja und dann also das was so Arbeit sagt das sind also alles diese pseudowissenschaftlichen Konzepte die den Selbstmord Deutschlands bedeuten Vorreiter beim Tierschutz soll Deutschland werden Vorreiter beim Umweltschutz beim Klimaschutz beim Flüchtlingsschutz und schon ist Deutschland Pleite ruiniert ja also all diese Dinge können nur vernünftig und und mit einem weltweiten Konzept gemacht werden und wer den Vorreiter macht sozusagen ohne dass die anderen Länder der Erde mitziehen und in Europa zum Beispiel beim Flüchtlingsschutz angesichts von Moria zieht ja kein einziger Staat Europas mit außer Deutschland und das ist alles ein Programm sozusagen falls es sich bei den Flüchtlingen um hoch intelligente hoch qualifizierte Personen handelt dann ist das von Vorteil für uns und dann ist es eine gute Maßnahme handelt es sich aber um weit unterdurchschnittlich intelligente und qualifizierte Personen dann ist das führt das zu einem weiteren Absinken der Gehirngröße und der durchschnittlichen Intelligenz in Deutschland und das führt dann in den Aussterbensprozess wie beim römischen Empire sozusagen ja und ich werde aber sicherlich die Sendung von Herrn Abai noch zu Ende schauen wenn es neue Gesichtspunkte gibt werde ich die natürlich entsprechend mitteilen so jetzt weiter mit den weiteren Kurznachrichten aber bitteschön wieder zum Tagesbild so dann schauen wir doch mal da war wieder mal eine Sendung der Psychologists for Future und auch diese Bewegung kämpft wieder für andere nur nicht für euch Bürger denn die ihr werdet beschimpft als die Privilegierten und da ist es ganz selbstverständlich dass wir uns dann lieber um Tiere kümmern und und um die Umwelt kümmern und um andere Menschen in anderen Teilen der Welt denn ihr seid ja privilegiert und ihr könnt das Ganze ja bezahlen wenn wir uns um die anderen kümmern das ist für die Naturwissenschaftler ein unhaltbarer quasi Aufruf zum Selbstmord Deutschlands und Europas Intensivbetten werden überall zurückgefahren in Deutschland weil man weil die Ärzteschaft schon erkannt hat so gefährlich ist es nicht und wir können ja auch die Intensivbetten bei Bedarf jederzeit wieder hochfahren also dort hat man schon erkannt dass es offensichtlich sich um eine gewaltige Gefährlichkeits Überschätzung handelt Sarah Wagenknecht spult wieder ihre Grundhaltung ab nämlich Unternehmer haben ihr Vermögen nicht erarbeitet das haben nur die Arbeitnehmer obwohl keiner dieser Arbeitnehmer wahrscheinlich diese Innovationsleistung und oder diese diese unternehmerische Leistung eine Zusammenarbeit zu organisieren hätte erbringen können denn wenn das jemand anderes hätte machen können aus dem Kreise der Arbeiter und Arbeitnehmer dann hätte er es ja gemacht aber es ist eben so dass Sarah Wagenknecht ganz im Geiste von Karl Marx den Unternehmern die Berechtigung für einen Unternehmerlohn grundsätzlich streitig macht daher heraus resultiert auch ihre Tendenz immer möglichst viel von den Reichen zu nehmen und es den Armen zu geben ohne dabei zu berücksichtigen dass eventuell dadurch die Armen zu viele Kinder bekommen könnten und es sein könnte dass dadurch die durchschnittliche Gehirngröße Deutschlands weiter absinkt und damit sie dem Aussterben noch schneller näher kommt auf der anderen Seite übersieht sie gar nicht dass es sein könnte dass dadurch unternehmerreiche intelligente Menschen mit großen Gehirnen außer Landes getrieben werden und dadurch dann der Intelligenz Durchschnitt Deutschlands noch einmal rapide absinkt ja also sie spielt da mit dem Feuer das den Weg hin zum Aussterben im Sinne eines römischen Empires noch drastisch zu beschleunigen Schluck Wasser Sarah sagt natürlich auch bei der Migration wäre es generell darum um ein oben gegen unten gegangen nämlich dass die Leute oben also die Reichen sich einfach von den Migranten sehr billigst Löhner und viele Lohndamper erhofft haben sodass man dann billige Arbeitskräfte bekommen sollte aber die Frage ist ja ungeklärt ob überhaupt diese Leute auch wenn sie nur billigste Löhne bekommen überhaupt brauchbar sind für die deutsche Wirtschaft und für die Reichen und so weiter das ist ja die Frage die völlig offen ist ja und dann wurde gesagt so Deutsche als Moral Weltmeister ja das ist ja gerade der Punkt die Deutschen das 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 evolutionsbiologisch ist es so dass Altruismus also Hilfsbereitschaft und tatsächliche Hilfetaten äh bei gesunden Organismen ausschließlich gegenüber Personen oder gegenüber Organismen getan werden die die gleichen Gene wie sie selber tragen ja denn sonst wäre würde das ja aussterben derjenige der hilft nähert sich dem Aussterben weil er Ressourcen abgibt derjenige der sie empfängt hat eine größere Wahrscheinlichkeit sich auszubreiten wenn ich jetzt aber tatsächlich einem genetisch nicht verwandten Hilfeleistungen gebe dann hat er gar nicht weder die Gene noch möglicherweise hat er auch das psychologische Programm nicht dafür anderen Menschen zu helfen und damit stirbt dann mit dem aussterbenden Schenker oder Geber stirbt sozusagen das Programm des Beschenkens immer wieder aus sodass also gesunde Organismen immer nur eine klaren Schnitt machen Verwandten abgestuft geben ja aber nicht Verwandten grundsätzlich nichts geben außer nur symbolisch und nur angedeutet und nur so tun als ob ja drüber reden und so weiter durch das drüber reden eventuell andere dazu auffordern dass die geben und sich dabei selbst ruinieren weil dann mehr Platz für die eigenen Kinder und Enkel ist auf der Welt sozusagen ja aber im Moment ist es eben so dass Deutsche sozusagen als Moralweltmeister vielleicht wirklich den Grundfehler machen nicht nur den Verwandten zu geben sondern auch den Nichtverwandten zu geben und das würde dann wieder das Aussterbens im Sinne eines römischen Empires wie das römischen Imperiums wieder drastisch beschleunigen sozusagen ja und dann auch liebe Regierung und liebe Frau Dr. Merkel Talk im Hangar 7 ist die beste Sendung im deutschsprachigen Raum überhaupt weil sie wenigstens teilweise eine Nachdenklichkeit auch angesichts Corona zulässt das sind die besten Diskussionen und der Sender der das herausbringt ich glaube weiß nicht ich glaube der heißt Servus TV oder so das ist wohl der beste Sender im deutschsprachigen Raum also das ist dann eine Empfehlung von uns ja und jetzt kann ich ja ich glaube und vermute das war es für diese deutsche Ausgabe vielleicht kommt nachher noch eine englische Ausgabe der wissenschaftlichen Tagesschau aber ich denke mal für die deutsche Ausgabe und für diesen offenen Brief war es das jetzt ja also vielen Dank bis bald gut gut Vielen Dank.